Das kennst du doch auch. Die Schule ist aus, du kommst raus und jetzt kommen dir die wichtigen Fragen. Was bringen dir die vielen Hausaufgaben? Wird dir das, was du heute lernst, später überhaupt nützen? Was meinst du, wie soll es mit dem Lernen und der Schule in Zukunft weitergehen? Hast du eine Frage, einen Wunsch, eine Forderung? Zusammen suchen wir nach Antworten und Lösungsideen. Stell deine Frage für die Wissenschaft auf www.lernenvonmorgen.de. Gewinne ein Tablet oder einen Büchergutschein.